Super Hack, jetzt schießt er! Und Tor, den macht er! Aber es war auch ein bisschen Glück dabei! Und hier sieht man nochmal genau, wie der Ball noch vom Pfosten abgelenkt wird. Er passt aber auch wirklich ganz genau. Ein paar Zentimeter weiter und er springt so wieder raus. Jetzt steht es 2 zu 0, das dürfte ihn rufen.